Moin Moin und herzlich willkommen zu Nachschlag. Ja, heute geht es nochmal um das Streaming Setup für unsere Kilo Open Source und Linux Tage. Ich habe ja letztes Mal Teleport vorgestellt. Eine Lösung, über die ich sehr begeistert war und eigentlich auch noch bin. Und dazu gibt es noch ein paar zusätzliche Informationen. Letztes Mal hatte ich behauptet, dass das Plugin für Linux nicht vorhanden ist. Also man muss es selbst kompilieren. Da habe ich ja relativ viel Arbeit rein investiert, um das zu machen. Da habe ich immer aus Arch so ein Kompilierungsrezept rausgefummelt und das dann selbst unter dem Ubuntu kompiliert. Den ganzen Aufwand muss man überhaupt nicht betreiben. Ich habe mich so ein bisschen von, ich weiß auch nicht mehr, von so einem Kommentar im Forum oder vielleicht steht es auf der Plugin-Seite auch irgendwo so, dass es das bloß für Windows vollkompiliert gibt, komplett irritieren lassen, sodass ich den einfachsten Weg überhaupt nicht gegangen bin. Denn wenn man jetzt auf der Seite von GitHub guckt, der Projektseite, schauen wir uns mal an, dann gibt es nämlich unter hier Releases. Und da kann man gucken, also die 050 ist die aktuelle, die letzte, die schönste, beste und dort gibt es dieses ZIP-Archiv. Und wenn man das ZIP-Archiv runterlädt, dann hat man die vorkompilierten Plugins für verschiedene Plattformen da einfach alle drin. Also das mit dem Selbstkompilieren und diese ganzen Verrenkungen, die ich dort getrieben habe, hätte ich überhaupt nicht machen müssen. Ja, wenn ich einfach nochmal geguckt hätte, direkt auf der Projektseite, ob es das vielleicht doch gibt, obwohl ich meinte, es gibt es nicht, wäre eine gute Idee gewesen, hätte mir eine Menge Zeit gespart. Und ja, genau. Also von daher, ihr braucht es nicht selbst zu kompilieren. Aber wenn ihr das andere Video gesehen habt, habt ihr eine Menge dabei gelernt, wie man es fast kompiliert, auch wenn ihr es nicht braucht. Gut, dann das Nächste ist, ich habe die Idee gehabt, dass ich von einer Teleport-Instanz, also ein Teleport sollte senden. Und dann hätte ich gerne das gehabt, dass ich es auf drei OBS mir angucke, also in die Szene auf drei Systeme einbaue, also eins sendet, drei empfangen das. Das geht leider nicht. Teleport lässt bloß eins zu eins Verbindungen zu, also ich habe einen Sender und einen Empfänger. Das ist leider so. Von daher ist so eine Setup-Idee, die ich vorhatte, ja überhaupt nicht umsetzbar. Dann das Nächste, was ich jetzt auch nicht gedacht hätte, dass Teleport so viel Bandbreite benötigt, damit da nur ordentliches Bild rauskommt. Das Ganze braucht 16 Megabyte, also nicht Megabit, sondern Byte. Also da gehen pro Sekunde 16 Megabyte durch die Leitung für die Qualität von 80 Prozent. Wir haben das ausprobiert mit 0 AD und mit 80 Prozent sieht das eigentlich ganz gut aus. So ein bisschen problematisch sind immer so Wasserflächen, da kann man sowas immer ganz gut sehen. Oder es gibt auch so einen Kreis bei 0 AD, wenn man Fischwarm ausgewählt hat und da hat es auch ein paar Kompressionsartefakte. Und wenn man die Qualität von dem Teleport auf 80 hoch regelt, dann sieht es gut aus. Aber es braucht eben auch 16 Megabyte pro Sekunde für die Übertragung. Und das wäre mit den Leitungen, die wir am Veranstaltungsort haben, ein bisschen schwierig. Die sind qualitativ nicht so hochwertig. Ja, genau, das war es auch schon. Bei Nachschlag ist es ja immer etwas kürzer. Von daher macht es nach, macht es nicht nach. Verwendet am besten das bereits Vorkompilierte, spart eine Menge Zeit. Und ansonsten hier abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020